... zugesellt und haben gesagt, wenn du das zusammenbringst, da gehören jetzt noch ein paar Sesseln hin, wenn du das zusammenbringst, ich meine, du bist eh nicht schlecht, da, einer von denen, ja, du bist eh nicht schlecht, die können alle meine Kinder sein, du bist eh nicht schlecht, wenn du das zusammenbringst, dann bist ein ganzer Großer. Okay, okay, der eine weiß schon, der eine sagt schon, nein, das gibt es jetzt nicht. Meine Damen und Herren, Sie werden jetzt auf der Bühne bleiben und Sie werden im Hintergrund mitsingen. Alle werden hier mitsingen. Und wenn die Nummer 1 Weihnachten feiert, dann kommt die Nummer 1. Meine Damen und Herren, gestern war eine schware Partie, oder? Alle Damen und Herren, Seiler und Speer! Ja! 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 Servus! Grüße! Hier ist einer Frau gestorben, ein Meierhofer, oder was? Ich wollte mir einschmähnen, wenn wir das. Pass auf. Man sagt ja, der Kauf einer Bulldozer zerstört die Fußballtradition. Wenn ich mir auf Facebook zum Outchirapid-Fan anschaue, ist der Gegner auch nicht viel besser. So, so. Das los immer nicht. Was war's? Spür was? Hälfte uns, Burschen. Hälfte uns! Ich muss mein Tuning fahren, ich bin schon ein bisschen gegangen. Ich meine, ich habe die Bundesliga das ganze Jahr ausgeschaut und... Hälfte uns wie ein Burschen. Ausschauen darfst du ja wie ein Ministerin. Hälfte uns aber an. Der VIP-Sektor ist da, das sind die Wichtigen. Und wo ist es gesündelt? Genau, unserer Leute zur Work-Klasse. Ja, das haben wir uns. Ja, das haben wir uns. Prima! 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 Ok! Prima! 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 Wenn's dann mal du so abkuckst, dann viel Spaß, weil ich mir vor Kennst du, du singst so wie gestern vom Red Bull-Tour, ich schwöre dir. Jetzt hast du, wo ich das, wir sind Kino, die Kinder gibst du. Wo ist das Kino? Pass auf, wo ist das Ghetto? Was ist mein Hund? Was ist mein Hund? Was ist mein Hund? Was ist mein Hund? Na, wie ist mein Hund? Na, wie ist mein Hund? Und wirst du, dass du kommst? Ich steh'n am Schädel und zwar bin ich, ich Schuhe zu brechst, und zwar mal zu mir ein Kost, und für die Bode Zeit, weil du mal zu mir ein Kost, Dann schwärzt du ja, und es geht Schon mal! Hey! Dankeschön! 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 Absolut bereidigt! Salat Stier! Ich möchte noch etwas dazu sagen, ich habe einen kleinen Bruder und den liebe ich über alles. Aber der ist ein Hardcore-Austrianer, weil ich eh mit ihm abkomme. Ich habe die Vermöhlentscheidung, mein Freund. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ein kräftiger Applaus und ein riesiges Dankeschön für die Nummer 1 in Österreich. Sein am Spiel! Ich möchte noch auswählen, bitte. Die Leute sagen immer, ich bin seit 95 Barcelona Mitglied. Und die Leute sagen alle, also die Fußballmannschaft sagt, in Barcelona spielt er außerirdisch. Der Meinung bin ich nicht. Ich sage, der einzige Außerirdische, der ehemals Fußball gespielt hat, hat bei Rabic gespielt. Und das war der Ivanov. Sonst hat es mir nicht passen. Danke schön. Dann bekam sie nicht mit seinen Teilen in Österreich 팬. particularly, Sie haben es mit Sto anxiety und Marraf gespielt. Hiw.'s别 kocht? Es r Virginiaoo ist ihr erst mal eines Hallens. Aberich war das PollAAH. Aberich war das? En Contheldien habe das ein Kroz 1 in Österreich. Da Jahre st Physicsien war 6 Jahre alt. E �iefe 24. Und das istverständlich. Und sprechen mit Dr. Kaspen-D sin� sobre chaud.